Dusche? Soll ich sie mal voll machen? Ich puste die also auf, das ist so eine Druckkonstruktion. Ich find's geil, ich freu mich. Habt ihr die Dusche schon benutzt? Nein. Wir werden sie benutzen, irgendwie. Haben wir mittlerweile die Dusche benutzt? Natürlich. Der Moment, auf den alle gewartet haben, ist da. Was geht's los? Dafür, auch nur dafür, haben wir natürlich die Dusche mitgenommen. Das ist eine Fahrraddusche. Wir sind beim Wildcampen auf Trinkflaschen waschen umgegangen. Das ist wassersparender. Aber wir haben die Dusche tatsächlich benutzt, um unsere Fahrräder zu warten und sauber zu machen. Der Druck. Das hat super funktioniert. Und dafür alleine lohnt es sich schon diese Dusche mitzunehmen. Super. Die Dusche ist wirklich, wenn ich was sagen würde, das ist das wichtigste Utensil, was wir eigentlich dabei haben. Ischein. Wie ist das? Da...